hallo und willkommen zurück zur sim farming challenge hier auf der rebach wir mit dem lieben smeddy wieder am start grüßengodes tippe grad ja frisch aus der hapfen leckt das toll ist erst mal direkt loslegen hier ja schon laden wir müssen so der enger mit fast im letzten letzten folge letzten aufnahme session neue aufnahme session bei der wäge wieder frisch am start deswegen ruckels grad noch ein bisschen die karte hier würde ich den kompletten schade er cashen ja das komplett geladen hat die schlägt sie wieder so und jetzt geht es ans kalken glaube wir haben noch genug drin ja das passt packen da gehalt genau kalt mit dem wow wow ich bin mit auf anhieb mit dem ersten mal in die scheune reinkommen mit dem foto hänger respekt nach über drei wochen oder was das feld da müssen wir karten also nicht das auf dem wir jetzt hier gerade sind sondern das daneben so war da ähm boah das ist noch ein bisschen schief so ich mal in die richtung zu gehen mal gucken wir das so hin gehen wir das so hin hier für dings eingestellt so aber das müsste glaube ich klappen so ja gehen wir hin ähm müssen natürlich noch den kalkstreuer noch öffnen noch einmal achso f1 kann ich noch einmal entscheiden und die streubreite war was war das steuerung so mal los hier das möglichst jetzt noch schnell gekalkt kriegen das ist kein wasser auch zu scherze kein wasser muss wasser für die kia ok stimmt was nicht die breite falsch bemessen so ein sack ist wieder das ding gewesen mit mit bumm ding nee nee tatsächlich ist es noch leicht ach gott ja dafür das wasser soll ich mal vorher es was vielleicht holen guten morgen oder immer kommst du mit machst du machst das maul auf und dann du musst über die über die sitzen umladen und danach kommst danach kommst du in den suppenteller ganz genau hashtag ein herz für virtuelle tiere mit liebe gezüchtet mit leidenschaft verzehrt ich würde das gerne als folgenden titel nehmen weil ich brauche ich brauche views ich brauche passendes thumbnail dafür so warte mal so warte hier machen wir mal kurz aussetzen dann gehen wir hier voll war das nicht das wasser wasser ist voll das war jetzt nur nicht einmal 1000 liter so äh mip 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 den hier was ist er los ah so warte mal ganz kurz hier gucken 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 da wir müssen übrigens schauen vielleicht können wir nächste woche den ersten test machen zur 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 challenge da weiß ich noch nicht genau wie es ausschaut bei monsieur andy der wird heute nicht auftauchen der ist der ist der ist der ist der ist der ist auf einer auf einem webinar milch war dass ich tipp was brauchte ne 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 wo ich null habe aber das ist klar weil ich habe jetzt nur die ach so das ist ja genau die brücke kür die brücke kür wasser ist ja dran gewöhnt der kalkstreuer hat natürlich nicht die die absolute mega breite wie der düngerstreuer aber ja aber du weißt du ja anfangen war das ding mega also das war das war ja ungeschlagt absolut ungeschlagt ja was für deutsch so ob es ja wieder in der sitzposition richtig klar kommt mit mir das gefühl so wiii da freut sich einer dass sie wieder angehängt ist bis deppern ne was opfer oh achso ich werde auch schauen ob ich im urlaub somit hinkrieهم Direct- Salvador mittlerweile glaube ich ich werde noch wirklich kurz ich habe ein Video mit auustacs hochgeladen Es liegt noch als Entwurf Gerade bei den Videos Ich habe es noch nicht live gebracht Es kommt die nächsten Tage noch Ich glaube, wir müssen noch mal eine Sache neu machen So eine Texteinblendung noch da drin Aber das geht recht schnell Aber habe ich zumindest mal den ersten Den ersten Short YouTube Short Clip Nämlich mal am Start Okay, aber ja Diese Woche war tatsächlich Relativ katastrophal, aber ja Wenn ihr das Video hier seht Dann sind wir natürlich schon über diesen Punkt hinaus Also So, ja Mein Truck Also mein Truck, mein Traktor Ich glaube gerade, er ist ein Skateboard Surft er auf der Welle Was heißt Skateboard surfen auf der Welle Okay, gut, aber auch gut Na komm drüber da Ah, nicht so weit Ja, 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 genau Dankeschön So Na schau, geht doch Kann man wieder ausmachen Ich muss mal noch die Taste umlegen Für einen Screenshot da Ich mache jedes Mal ins Menü Gehen einen Screenshot Ne Ja Ich bombe mir da alles Mit Screenshots zu Ich hatte das speziell Ich hatte ja die Tastatur Mal mittendrin mal gewechselt Da haben sie eine andere Tastatur dann zugelegt Und mit der neuen Tastatur Gab es tatsächlich Lustigerweise damals Die Taste In dich ursprünglich für die Screenshot machen Hat er nicht mehr Hat sich dann geändert Und ja Das ist ja auch erstmal so ein Klassiker Aber dann erstmal auf die Taste Versuch die Taste zu drücken Und du sie nicht findest Ja Und ja Du drückst sie, aber es tut sich halt nix Richtig So, warte mal Gekalk haben wir jetzt auch So Daumchenkalken, ja, perfekt Können wir das nämlich zumachen Oh! Macht der da Ich habe plötzlich von jetzt auf die Erde Einfach tack hoch Was macht das Mehl? Oh mein Gott Das Mehl, ne? Weet! 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 Hehehehe Äh, warte mal Den können wir abhängen Perfekt So, heute Düngerstreuer Wo war der noch? War der hier? Ich glaube, düngen musste ich auch noch Ja, da steht er Nehmen wir den gerade so dreckig wie er ist hier und Ab zum Gras, den Gras ist grün Ne? Haben wir gelernt? Yes Irgendwie sieht sich heute höher, kann das sein? Ich finde Ja, ich musste auch so wieder gucken Aber Ich brauche immer nochmal so eine permanente Lösung Bezüglich Entweder Greenscreen, wie wir es jetzt hier gerade haben Oder wie beim Simracing halt Ja, ohne Greenscreen Muss ich auch nochmal checken Das ist irgendwie mal Vernünftig Ne gute Permanente Lösung Kriege So Okay, das Gras habe ich da jetzt cold Komm Schnell drüber mit dem Dünner Ah, nicht vergessen Produktion und Wasser, ne? Yes, hab ich doch Achso, und hast du Warte, ich höre mal kurz rein Achso Hast du die Musik noch gewechselt? Ja Okay Es ist, ähm Verhältnismäßig leise Passt Weil vorher, 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 wo ich rechne, war noch, 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 war noch Startmuki Startmuki Achso, warte, ich wollte die Produktion anwerfen Bin nicht schlecht Äh, so, wir machen das mal hier Freestyle So, muss da nicht auch halbwegs gehen So Dann ist mir gleich alles hier erledigt Grasfäder muss man ja nicht so häufig kalken Düngen halt jedes Mal, einmal Das Düngen werde ich jetzt noch machen vom Grasfäld Das habe ich glaube ich noch nie gemacht Das bringt tatsächlich glaube ich auch nochmal ein bisschen, ne Als, als Ertrag, meine ich Deswegen wird es wahrscheinlich immer drei Monate dauern Oder so, bis ich will wirklich wieder Grasdorf ab So, wir wechseln wir So, hui 23 über 46, alles easy cheesy Ah, super Es ist doch jetzt, speziell bei der anstehenden Ernte Gar kein Thema, gar kein Stress Dann sind tatsächlich nur zwei Felder Ruckzuck abgeerntet Geht Dieses Brezelbacken Bei uns sind es zwar fünf Felder Aber gesamt ist das weniger Wie die 18 und die 19 Also es Ebenfalls nicht zu viel Schneidwerk sei Dank Ja, und Ladewagen, sehr Dank Dieses doppelt Gespann Das war wirklich kein Fehlkauf Ist zwar ab und zu ein bisschen unpraktisch Vom Handling-Wendekreis her Aber so an sich ist das echt geil Das Ding ist schon echt krass Das ist schon wirklich brauche ich alle Also das ist, glaube ich, das Finale Was ich größer brauche ich nicht mehr Wir müssen da runter Sieht gut aus, perfekt So, ab da nach unten 23 über 52, na schon, alles, alles Perfekte Halt, Stopp, so nicht Ready So, jetzt können wir den Offiziellen Weg hier zurückfahren Hier durch den Wald Ich sag dir gleich, weil er kein Zugang zu diesem Land hat Was sagt er bei dir? Ja Mach das jetzt mal komplett Freestyle Freestyle Ja, hab ich eben auch gemacht Das war echt angenehm So, mal gucken, dass wir hier wieder reinzickeln Zickeln Ja, easy Easy peasy lemon squeezy Und Abgestellt das Ganze So Abgestellt Äh, kann man jedenfalls, glaube ich, anhängen Ja, ne Gebe ich dann gleich wieder los in die Ernte Also dieser Folge noch nicht, aber in der nächsten Folge geht es dann wieder weiter In einer Minute In einer Minute In einer Minute Nee, ja Letzte Serte Achso September Oktober Nein September haben wir jetzt, ja Jetzt sind wir im Herbstrand gekommen Das geht so schnell Das geht so schnell, bis denn du deppert, da hatst du ein Beil aufzeiten So, hier Na, da sehen wir es Hier kriegen wir 41 Das ist gut 41 Das hat sich kurz Das hat sich kurz angehört Wie, 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 wie Äh, wie wenn du anfangen würdest Zum Reanimieren Ja, so Ha, 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 ha Staying alive Staying alive Was übrigens Übrigens fürs Reanimieren Der perfekte Takt ist Das ist Klingt Makaber, aber Jo Irgendwas Das nächste Mal Dann willst du das in Notsituationen Auf dich drauf haben Ja, das stimmt Also Was machen wir Ja, ja, gell Jetzt fangen wir mal an Zum Singen Ihr wisst Der Tanz So So Jetzt fahren wir wieder Mit dem Einfamilienhaus raus Ja, genial Wenn wir gleich überhaupt mit dem Einfamilienhaus rausfahren Warum drück ich ja nicht Weil wichtig Ich bin auch Wow Da freue ich das sich Wo Ist mir die Action mit dem Meerdrescher Ich sitze nicht im Trecker und will den Motor aufmachen Ist auch ein Klassiker, oder? Aber du schaust den an Aber ich schaue ihn an So Wir sagen jetzt mal Danke fürs Zusehen Wenn ich das uns gefallen hat Du dich gerne ein Like da lassen Gerne einen Kommentar Und falls auch nicht passiert Den Kanal abonnieren Und die Glocke aktivieren Kein Video mehr verpassen Auch ganz wichtig Und auch Auch noch ganz wichtig Noch ganz wichtig Naja, egal Zumindest Verschluckt Oh Smetty Links zu Twitch und YouTube Sind unter der Videobeschreibung Kanäle abonnieren Followen Und Spaß haben beim Stream Ihr wisst Bescheid Und dann sehen wir uns nämlich In der nächsten Folge wieder Bei der Simfarming Challenge Bis dann Auf der Rebach Fitt euch